. Jugendliche sind frech, dumm, laut und haben heute Tag sowieso keinen Anstand mehr. Die Erwachsenen, die nerven manchmal wirklich immer am rummatzen und sie haben immer recht, obwohl sie eigentlich keine Ahnung haben. Heute in der Nacht, wenn du erst richtig wach wirst, werden sie schlafen und machen dann wegen dem Lärm. Mich nervt es an den Erwachsenen, dass sie immer mit ihren Vorurteilen gegenüber den Jugendlichen kommen. Mich nervt an den Jugendlichen ihren unkontrollierten Alkoholkonsum. Dass sie gewisse Sachen dann verliegnen. Ich schätze an Jugendlichen, ihr selbst zu verfrauen. Ich schätze an die Einzelnen, ihr habt eine große Herausforderung. Ich habe sie mit ihren Ebenen gebaut. Ich habe sie mit ihren Ebenen gebaut. Sie haben sie mit ihren Ebenen gebaut.